Es ist mir erst jetzt zu Ihnen zu kommen. Was können Sie uns sagen? Sie ist eine ungewöhnlich starke Frau. Sie ist über den Berg. Das Schlimmste ist überstanden. Na also, wir haben es nicht anders erwartet, nicht wahr? Das sind erfreuliche Nachrichten. Kann ich Sie sprechen? Ich weiß, Sie möchten alle zu ihr. Aber das kann ich nicht zulassen. Also bitte nur ein Familienmitglied. Ich muss darauf bestehen. Ich bin das Oberhaupt der Familie. Ich gehe zu ihr. Dürfte ich ausnahmsweise diesen jungen Mann mit mir nehmen? Er steht ihr genauso nahe wie ich. Einverstanden. Wie lange wird Sie denn noch hierbleiben müssen, Doktor? Das ist schwer zu sagen. Ach, so ein Pech. In so einem Augenblick sind die Zigaretten alle. Entschuldigung. Die Zigaretten alle. Die Zigaretten alle. Bis zum nächsten Mal.